Ja, Uwe und die Evie, wir haben uns heute beide schick gemacht und sind in die Stadt. Ah, Uwe, neues weißes Hemmschen. Und ich, mal sehen, halte ich richtig? Uwe, hilf mir. So, unser Outfit habt ihr jetzt gesehen. Und wir sitzen heute an der Wasserfront. Hört ihr das Meer rauschen? Es ist jetzt, wie spät ist es jetzt, Uwe? 20 Uhr. 20 Uhr. Die Evie trinkt einen Weißwein. Und der Uwe, der trinkt einen Kasper-Schnaps. So, da sind einige Gäste schon da. Und, ja gut, ihr werdet es jetzt nicht sehen. Vielleicht jetzt mit dem Hintergrund, wie die... Wartet mal kurz, ich geh mal ein Stück ran. Vielleicht könnt ihr das dann irgendwie besser sehen. So, gut zu aufpassen, dass ich nicht nass wäre. Es sind ganz schön hohe Wellen, Alter. Ja, ja. Gut. Ein richtig schönes Naturschauspiel. Ist auch noch schön angenehm warm. Und da hinten, weiß ich nicht, ob ihr seht, baut ein Musiker seine kleine Anlage auf. Und wir lassen uns jetzt gleich zwei Caprese-Salat schmecken. Mit Tomate, Büffel-Mozzarella, Oliven. Und da oben noch ein paar Barlings-Stimps. Also Stimps mit Knoblauch. So, liebe Grüße aus Kunda, von Uwe und Ebi. Vielleicht melden wir uns dann noch in einer anderen Bar. Mal sehen. Ist das. Und ein alkoholfreier Cocktail-Retour noch drin sein.